Hallo Bella, ich werde aus dem ganzen Rollhauern gewinnen, im Vaterli, der Hund heißt Jill, die ich schon mal in der Augenhöhe habe. Das ist ja mit unserer Wunder, ja, mit unserer Wunder, ja, mit unserer Wunder, ja, mit unserer Wunder. Die sind ein Antizid, die meisten da, aber das kann ja nicht mehr, der dreht sich um und geht wieder raus. Ja, 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 ja. Der ist elf Jahre alt. Ist das schön, toll, toll, toll. Ich habe letzte Woche, vor 14 Tagen, habe ich eine Pferde geboten, die haben wir uns auf der Wiese, von meiner, äh, die oben bei uns im Haus hängt. Jetzt zwei Körner, aber ein Bauer, ja. Die haben wir geboren, die haben wir jetzt rausgezogen, am Programm begonnen hat der Kühler, als die andere Kühler, als die andere Kühler, als die 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 Stammler, wie wir ein Stand da waren, das war halt die Stammler. Ich habe schon wieder gesehen. Ja, ja, ich sehe es ja, oder? Ich dachte, die Lüge wären. Ja, die Lüge sind, aber nicht. Einmal. 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 Leckerchen rein. Speisen. Unser Wittesverlager Leckerchen rein. Ja. Wie ihr seid ihr? Leckerchen, das machen sie auch. Ja, leuchtend. Welch ein, zwei, die Leute, die sind. Einmal kommt am Plan. Einmal. 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 Geh, gell, boah. Ja. Das sind die Privilegien. Aber wir sind nicht so gut. Nicht fallen! Jetzt hat sie ein kaltes Heil. Nicht fallen, Lady! Ja, hopp! Ja, hopp! Alli! Jaaaaay! Ich mach' alle ihre Runde. Hallo! Vielen Dank.